Was der Waran, der Raphael Waran hier geleistet hat, ist außergewöhnlich, gerade mit der Vorgeschichte. Sie haben ihn gebraucht. Was geht ab, Freunde? Wir sind hier bei dem Studio. Und ich zeige euch, wie kurz der Bied, den ich gerade gebaut habe. Was geht ab, Freunde, meine Damen und Herren, das ist hier bei dem Studio. Gebt euch mal den Bied, den ich gebaut habe. Nebenbei noch final kommen wir. Ja, mit dem Gesicht. Ich habe das, das akademische Gesicht wieder ganz gut gemacht. Ja, was ihr wollt? Hier war der erste Port und jetzt mit der zweite Das ist gut, oder? Untertitelung im Auftrag des ZDF Jetzt, nach einem Eckstoß, da sein und seine Flucht reinbringen mit seinen 1,94. Auch Innenverteidiger, also einer, der deutlich ... Ey, Strafstoffe von 16er, Alter. Für Argentina. Hand, nein, für Frankreich. Strafraum? Hand, ja. Hand! Elfmeter! Elfmeter! Boah! Das ist ihre Chance jetzt, ne? Wenn die jetzt verballern, haben sie verloren. Wer denn sonst, Alter? Boah, ey. Ich werde ihn gar nicht sehen, Alter. Wenn der ist, wer schießt, ne? Ey. Okay. Der entscheidet, ja. Der verschießt, ja. Ja, man sieht's halt schon, ja. Komm, bitte mach ihn, Alter. Krass. Boah! Ja, Mann! Boah! Und dann auch ein Hedtrick, ja? Und dann auch Hedtrick. Alle Tore, Alter. Krass, guck mal. Geil, Alter. Und mal diesen Blick, ne? Ja. Es war früh gefreut, Alter. Ja. Nee, 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 danke. Heftig. Guck mal, die reichen Leute. Boah, Makron! Sollte ich diese Makron lieber gegessen habe. Makroni. Heftig. Wollt ihr viel spannendes Gucken, übrigens den ist der Elfmeterschieß. Ja? Dann können wir noch mehr Zeit miteinander verbringen. Toxisch. Super Perspektive. Ganz spät. Er ist weggesprungen. Boah. Guck mal, wie die schießen immer, ne? Als ob die wegrutschen und so, ne? Ich hab doch jeden Elfmeter reingemacht früher. Da war noch nur so ein Drama da drauf, ne? Ich hab nicht eine Million gekriegt dafür. Du? Ich hab immer jeden reingemacht, Alter. Elfmeter. Nee. Ey, ganz ehrlich, irgendwie sind die Aschetore viel größer, ja? Nee. Die sind wie das Universum, Alter. Ja, ne? Und manchmal siehst du dann so klein, mit Brille, so. Ihre Brille sind leichter, ne? Ja. Dann kennst du die kleinen Toren hinter den Topps, mit Brille, die ganz dünn so. Und dann ein Tor hinter den, das ist so riesig, Alter. Die wollen keinen Elfmeter schießen. Die können doch nicht. Ja, Argentina kann nicht. Die haben Angst, deswegen. Die müssen Tor schießen. Haben die nicht verloren, Elfmeter? Nein, Dienstag war das, ja. Äh, Spanien. Aber haben die Elfmeter stehen? Gab es nicht, ja, ne? Ja, doch. Ja? Martinez gegen Dings am Ende. Gegen Holland, Alter. Boah. Ja, genau war das. Und dann haben die noch so Faxen gemacht. Schon mal voll gemacht. Messies. Wie viele Minuten denn, Alter? Ja. 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 Ja, wir werden jetzt den Titel gehen. Können die doch noch wieder mitnehmen? Oder abgeben? Na, wie abgeben? Geht doch gar nicht. Ne, wir nehmen die noch mit natürlich, ne? Guck mal! Muss erstmal! OK, der setzt sich da drauf, Alter. Jetzt geht's gut. Oh boh! Finale, Alter!